Hallo ihr Lieben! So, heute ist es nun endlich soweit. Wir kommen zur Verlosung von diesem Set hier, also von all den Sachen, die ihr hier jetzt sehen könnt. Es hat ein bisschen länger gedauert, das tut mir sehr leid. Ich war gesundheitlich angeschlagen, beziehungsweise bin es immer noch. Aber ich wollte jetzt für euch dieses Verlosungsvideo zumindest mal drehen, dass ihr da nicht noch länger drauf warten müsst. Ich habe natürlich auch wieder meine super Losfee dabei, die Renesmee. Sag mal hallo! Hallo! Und die zieht jetzt dann gleich einen Gewinner. Muss es hier. Genau. Kannst du es lesen? Ähm, nein. Kannst du es nicht lesen? Nee. Chris R4552 Also Chris R4552, herzlichen Glückwunsch! Du hast das hier alles gewonnen. Und bitte, bitte schreib an die eingeblendete E-Mail-Adresse deine Anschrift, damit ich dir deinen Gewinn so schnell wie möglich zuschicken kann. Hier siehst du nochmal, was du gewonnen hast. Nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch! Sagst du auch noch Glückwunsch? Herzlichen Glückwunsch! Und ja, ich wünsche euch jetzt noch eine ganz, ganz kreative Zeit und ich melde mich so schnell wie möglich wieder bei euch mit einem Video. Und bis dahin, eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss! 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 Tschüss!